Was ist mit dir? Willkommen, willkommen bei Lytians Betresse. Der große Mann lässt seinen enormen Bizeps spielen, seine Haut dunkel wie Kohle glänzt im Licht. Was kann Lorid für dich tun? Brauchst du heute etwas Gesellschaft? Vor dir sicher nicht, aber erzähl mir was über dir. Meine Lebensgeschichte tut mir leid, das sagen zu müssen, dass sie kurz und langweilig ist. Meine Kindheit war glücklich, nie ist etwas Schreckliches passiert. Ich wuchs zu einem großen und starken Mann heran und hatte nie ein Problem mit der Gesundheit. Dann warte ich mit Tresse Sophia um eine Arbeit, weil ich das, was ich hier mache, für mein Leben gern tue. Was kannst du mir bieten? Du bekommst alles und sogar noch mehr. Lorid lacht herzlich. Meine Spezialität ist die Vendrienschwellung. Lass deiner Fantasie freien Laufen oder es ist sogar besser als das. Nein, danke. Schön war sowas zu hören. Sieh in die Ahnung, er ist deutlich nach meinem Geschmack. Ich fühle seine Muskel, wenn... Ja, äh, ignorieren wir die mal. Und der letzte. Guten Abend, der große, dünne Mann lächelt, dass ich nicht erst. Und willkommen bei Lithians Betresse. Ich heiße Ganon und ich würde mich unendlich darüber freuen, dir auch heute zu diensten sein zu dürfen. Erzähl mir was von dir. Da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Ganon sind einen Moment still über die Frage nach. Ich komme aus dem Norden und reiste mit einer Gruppe von Schaustellern. Als wir in der Nähe von Lithians Kreuzung von Badinen eingesucht wurden. Ich wurde verwundet und verlor das Besuchszeit. Als ich wieder zu mir kam, kümmerte sich Maitresse Sophia gerade um meine Wunden. Der Rest der Truppe starb im Kampf und ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Also bot mir die Maitresse eine Stelle an. Sie wusste, dass sich meine Schauspielfertigkeiten als nützlich erweisen würden. Es ist die beste Stelle, die ich je hatte. Was kannst du mir anbieten, dass andere nicht haben? Wenn du die Erde so beben sehen willst, dass die Wände einstürzen, bin ich deine Wahl. Ich biete dir die Erdhexenfreunde an. Erdhexenfreunde und glaub mir, du wirst nie wieder einen anderen Künstler haben wollen. Raus hier. Raus hier sofort. Schlimme Orte. Schlimme, schlimme Orte. Aber es ist gut zu sehen, dass es in den Stufen solche Orte noch gibt. Nachdem wir ja im ungebrochenen Land die letzte Zeit verbracht haben. Gut. Da gucken wir uns mal an, was es hier oben im Sonnenviertel noch zu sehen gibt. Und dann können wir ja hier auf die andere Seite wechseln. Weil ich glaube, da oben lang gehen, obwohl da oben lang gehen, rentiert es sich eher. Vielleicht gibt es da oben noch jemanden, mit dem wir sprechen können. Das können uns die Eiggewonnen sagen. Lass mich bitte in Ruhe. Ich bin im Gespräch mit jemand anderes. Okay. Ihr wisst schon, dass ich ein Schicksalsbinder bin. So, wen haben wir hier? Kaila und Kallion. Und Käse. Tut mir leid, ich bin an deinen Worten nicht interessiert. Wenn du mit jemandem sprechen willst, sprich mit meinem Bruder. Sei gegrößt, Schicksalsbinder. Also, die haben nichts zu sagen. Das ist vielleicht eine Hauptquest oder Nebenquest nachher. Dass ich von den beiden entweder was besorgen muss oder dass sie irgendwelche anderen Probleme machen. Oder so ähnlich. Gehen wir mal hier oben rüber lang. Und arbeiten uns dann von oben nach unten weiter. Wir haben hier ja noch das Mondviertel. Und den Mondaufgangmarkt. Und irgendwo müsste... Achso, das war einfach nur eine Tür ins Nirgendwo. Habt ihr was zu sagen? Nö. Das war gar nicht die Tür. Das war einfach bloß ein Haus. An den klaren Morgen... An den klaren Morgen reflektiert der westliche Wasserfall die Sonne in wunderschönen Farben. Ja, das stelle ich mir schön vor. Und der Mond? Der östliche Wasserfall, obwohl er alleine herunterfließt, glauben manche Siedler, dass beide Wasserfälle aus einer einzigen Quelle über den Altmauern entspringen. Das kann sein, wenn das so eine Art Quellsee ist. Händler, Wams. Ist der was für dich? Nein. Schriftrolle, Archemie, Material und Türkis. Ich habe es. Ein Halbmondläufer. Lass mich bitte in Ruhe. Noch mehr Siedler. Heute ist ein guter Tag, solange man nicht über die Armee hinter dem Horizont oder die Geister nachdenkt, die in den Altmauern lauern. Ich habe viele gute Freunde an die Geister verloren. Ja. Was ist mit dir? Du siehst noch wie ein Siedler aus. Heute ist ein guter Tag. Ja. 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 Okay, das hier ist auch nur ein Ort. Hier kann ich nicht mal rauszoomen. Nö. Wow. Schwerer Brosse, Kürer, so sein Stufenfall, Großbogen. Und dann anderes Zeug. Der schwere Brosse, Kürer, das macht schon mal Eindruck auf mich. Der wird dann Teil meiner schweren Rüstung, wenn ich die dann irgendwann mal mir zulege. Und ja, das werde ich wahrscheinlich machen. Töne dem Schatten ist übrigens das genaue Gegenteil von Barrick. Sie kann keine Rüstung anziehen, er kann seine Rüstung nicht ausziehen. Hört mir jetzt gerade mal so auf. Ja. Was ist mit euch? Ihr habt auch nichts zu sagen. Ein Brossener Wurf durch. Und ich sollte irgendwann mal Land wie Schreibfeder verbessern. Fällt mir auch gerade so ein. Rastvorräte bringen mir nichts. Ein Siedler. Hier würde es runtergehen. Biotus. Und da unten gäbe es noch einige Eingänge. Die Pflicht wartet. Ich kann dir leider nicht helfen, Schicksalsbinder. Ja, hier kommen wir wieder zum Turmeingang rüber. Turmeleitschicksalsbinder. In der letzten Zeit sind immer mehr Geister gesichtet worden. Also haben wir die Altbauern für Indian versiegelt. Aufgrund der kürzlichen Geistessichtung in den Altbauern ist der Weg zum Turm des Untergangs rübergehend versiegelt worden. Du kannst den Turm zur Zeit nicht erreichen. Ja, dafür brauchen wir Schlüsselsteine. Warte, was hat er gesagt? Von wem? Also haben wir die Altmaunen für Eldian versiegelt. Okay. Das hier sieht aus wie das Hauptlager der Geschmähten. Und hier ist eine Schmiede. Dann reden wir mal mit dir. Willkommen, Freund, ruft der Händler dir freundlich zu. An seinem Gürtel klimpern Ringe. Er führt eine dramatische Geste mit seinen Armen aus und seine Waren zu präsentieren. Was führt dich zu meinem bescheiden Handelsposten? Suchst du etwas Bestimmtes oder siehst du dich nur um? Was hast du denn zu verkaufen? Ein eiserner Wurfschmeer, der schlechter ist. Ein Hammer der eisengebundenen. Rüstung des eisengebundenen Lehrlings. Ja. Der hat auch die Sigil. Schriftrolle enthält ein magischer Akzente, der dazu führt, dass eine materielle Gewaltzaube und brennende Angriffe erweitert wird. Welche Ziele in deiner Linie Schaden zufügen? Und hier kaufe ich erstmal das hier. Das ist wieder so eine, Sigil. Gut. Das ist die Schmiede hier, wenn ich richtig sehe. Eldians Haus ist irgendwo... Ne, halt. Das da oben wird die Schmiede. Machen wir kurz die Sternchen und die... Ach so, das sind meine Gruppenmitglieder. Na geil. Das hier oben wird die Schmiede sein. Dann gehen wir erstmal in die Schmiede. Oh, Lerlinge, des eisengebundenen. Die Altmann sind gruselig. Ich verstehe nicht, wie Siedler hier leben können. Wir verkaufen nur an Blieglieder von Kyros Armeen und... An dich natürlich schichst du als bitte. Ich gehöre zu Kyros Armeen. Ich habe ja im Krieg gekämpft hier. Okay. Okay. Eldian ist unser Wahrrabenführer. Ein Rabenschal. List plus 20. Oh. Was für Lyra oder Töte im Schatten. Die Altmann sind gefährlich und ich würde nicht empfehlen, sie zu betreten. Ja, Eldian hat sie versiegelt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal Eldian helfen müssen mit ihrem Problemchen hier. Und dann gibt sie mir hoffentlich den Schlüsselstein. Also das hier war doch nicht die Schmiede, obwohl ein Banner der Geschmähten drüber hing. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Zierbanner. Das heißt, hier ist die Schmiede. Ja. Meisterin der Schicksalsbinder ist hier. Zedina, Meisterin der Ässer. Zedina wendet sich um und geht auf dich zu. Ihr drahtiger Körper bewegt sich fließend. Sie bleibt vor dir stehen. Ihr Stand ist fest und sicher, aber du siehst, dass sie nur leicht auf dem Fußball steht. Jederzeit zu schnelleren Bewegungen bereit. Sie nimmt ihre Augen keine Sekunde von dir, doch du weißt, dass sie sich ihrer Umgebung doch noch ganz genau bewusst ist. Schicksalsbinder, mögen die Feuer deiner Ässer niemals abkühlen. Sie sagt, hier hat, ich hatte gehofft, dass unsere Wege sich kreuzen. Ich habe vernommen, dass du an der Beendigung des Sediks der Stürme bei der Wachplatzfestung beteiligt warst. Sie nickt dir anerkennend zu. Das ist eine große Tat. Ich würde gerne hören, wie dir das gelungen ist, aber du hast gewiss wichtigere Dinge zu besprechen. In meinen Jahren als Landführerin der Eisengebundenen habe ich nie gehört, dass ein Schicksalsbinder etwas so Bedeutendes getan hat. Es ist eine Ehre, jemandem zu begegnen, der solche Taten vollbracht hat. Was kann diese Dienerin der Flamme für dich tun? Warum bist du nach Lithians Kreuzung gekommen? Was für eine seltsame Frage, Schicksalsbinder. Als du in meiner Esse erschienen bist, dachte ich, du wärst geschickt worden, um meinen Fortschritt zu überprüfen. Da meine Mission von Thunan persönlich kam, solltest du sie nicht bereits kennen. Ich habe den Auftrag, ein Artefakt zu erschaffen, das die Eingebundenen von den Geistern beschützt. Wir wurden zu oft behindert und wir haben zu viele Männer verloren. Daher wurde entschieden, dass etwas getan werden muss. Ich habe den Geisterbandhähnen geschaffen, um die Geister in Band zu halten. Wie der Name sagt, sobald der Hähn platziert ist, wird seine Magie die Geister in den Altmauern gefangen halten. Wir haben dieselben Ziele. Ich wurde geschickt, um sicherzugehen, dass die Eisengebundenen weiterhin Waffen für die Geschmähten anfertigen können. Warum hast du einen Helm geschaffen? Warum bleiben die Eisengebundenen hier, wenn die Geister einer solchen Gefahr sind? Warum wurdest du gebeten, diesen Gegenstand anzufertigen? Hätte das nicht jede Eisengebundene hier tun können? Warum hast du einen Helm geschaffen? Die Eisengebundenen fertigen Waffen und Rüstung, Schicksalsbehinder, die Statuen und Tant. Ich fertige das, was ich beherrsche. Zudem ist der Helm tragbar und kann möglichst an einen anderen Ort gebracht oder im Kampf eingesetzt werden, sollte das in Zukunft nötig sein. Vorerst wird er aber hier bleiben und die Eisengebundenen beschützen. Wir müssen unsere Arbeit verrichten und das geht nicht, wenn wir laufend von außen angegriffen werden. Und das geht nicht, wenn wir laufend von außen angegriffen werden. Und das geht nicht, wenn wir laufend von außen angegriffen werden. Und das geht nicht, wenn wir laufend von außen angegriffen werden. Und das geht nicht, wenn wir laufend von außen angegriffen werden.